Pass auf, wir rufen jetzt bei der Pizzeria an Schätzlein, pass auf, wir sind's Mama Ich ruf jetzt bei der Pizzeria an Und du sagst mir dann hier über ein Mikrofon Sagst du mir dann, was ich sagen soll, ne? Weißt du? Also du sagst dann, dass du eine große Spaghetti-Pizza haben willst Weißt du, ne? So eine große Schinken-Salami-Gäse-Pizza, ne? Pizza Mafiosi! Genau, das sagst du dann so Pizza Mafiosi mit, ähm, Handgranaten Okay, ich frag mal nach, ob es die gibt Also bitte alle mal muten hier Muten, Muten, Muten Schätzlein, ich weiß nicht, warum dir das eigentlich nicht auf Reihe bekommst So, jetzt ruf ich bei Thomas Lieblings-Pizzeria an Ob die jetzt noch aufhaben? Pizzeria Hallo, ich hätte gerne eine Pizza Mafiosi mit Handgranaten Ja, und Frau wollte ich nachfragen, ob sie eine Pizza Mafiosi haben Meine Frau möchte die so gerne haben Was für eine Pizza? Mafiosi Ne, haben wir leider nicht Ne, haben sie nicht Okay, dann könnten sie mir, dann nehme ich, wissen sie was Genau, ich nehme ne große Pizza mit Sind sie bereit? Können sie aufschauen? Sag mal erstmal ihre Telefonnummer Meine Telefonnummer Ja, aber Stock, sehen sie die nicht? Ne, sehe ich nicht Wie dir ist nicht eingebaut, die Technik schon heute, Schätzlein Ey, mach, ey Schätzlein, Annika, kannst du mal kommen, du Schätzlein, mein Telefon funktioniert schon wieder nicht Die Dame kann meine Nummer nicht sehen Was soll denn das? So, Schätzlein, pass auf, ich gebe jetzt erstmal die Bestellung auf Dann kann ich die Nummer nicht geben Ja, bitte Folgendes, ja? Bist du da? Ja gut, die Verbindung ist nicht so gut Schätzlein, und zwar hätte ich gerne eine große Pizza mit Krabben? Ja? Was haben sie denn so für Krabben, die sind da unterschiedlich, ne? Wir haben Schrimps und wir hätten Garnels Was ist denn besser? Ja? Naja, Garnels sind einfach teurer wie Schrimps Schrimps sind die kleineren Garnelen sind leicht, äh, also größer Was schmeckt denn besser? Das ist fast identisch Aber dann kostet das eine mehr und wenn es identisch schmeckt Ja, weil die größer sind Die sind größer und teurer Ja Im Kilopreis Das verstehe ich zwar nicht ganz Weißt du, okay, machen wir weiter Also ich hätte gern die großen, ne? Die großen Garnelen, oder wie? Richtig, genau Ja, Moment, kurz bitte So, also große Garnelen Richtig Kommt noch was auf die Pizza drauf? Ja, natürlich, natürlich, ich bin ja noch lange nicht fertig So, Schinken Schinken, ja? Ja, haben sie Bacon So Schweinespeck Ja, aber nur, ihr gibt ja gewürfelte Ja, der ist auch ganz okay Weißt du den, der mir stand? Von Aldi oder Rewe, ne? Bitte? Von Aldi oder Rewe hast du den, ne? Ne, das weiß ich nicht, wo der zählt Ja, ja, ja Okay, also Dann der Schinken Bacon Und zwar, dann hätte ich gern geschnittene Tomaten und Mozzarella drauf Ja Richtig so Können sie mir extra Käse drauf machen, oder geht das nicht? Das geht auch, ja Das geht auch Wissen sie, bei welchem Preis wir gerade sind? Ne, das weiß ich erst, wenn sie fertig sind mit Belegen der Pizza Ach so, okay Ja, Salami hätte ich dann auch noch gerne Okay Ja, ja Dann hätte ich gern noch, wie bei dieser Pizza, weil, was ist da drauf, diese Süße? Schinken und Ananas Ja, dann hätte ich gern Schinken Schinken haben sie schon Ach so, dann nehm ich gern Ananas auch noch mit Schätze, nein Weißt du, die Ananas nehm ich So Bisse, du weißt? Ja Gut So, die Ananas Was habt ihr denn, dann habt ihr noch so ne scharfe Soße, oder so? Ne scharfe Soße, die hat ein scharfe Zillipulver Ja, was haben du da so, Schätzelein? Ja, Schätzelein Die hat ein scharfe Zillipulver, aber Soße scharfen haben wir keine Glauben Wieso das denn nicht, Schätzelein? Ja, das fragen Sie mal, mein Chef Ja, können Sie mir den mal geben? Nee, der ist gerade, äh, nichts Wissen Sie was, dann schreiben Sie sich auf, dass ich ne scharfe Soße haben möchte, du Da werd ich nämlich ganz fuchsig, wenn ich das nicht auf meine Pizza bekomme, doch So, pass auf So, Schätzelein Ja Habt ihr Zwiebeln? Ja, das haben wir Habt ihr die roten Zwiebeln? Haben wir auch, ja Dann nehm ich die roten Zwiebeln, weil die normalen sind ja irgendwie langweilig, ja Das ist irgendwie so Mainstream, wie die Jugendlichen sagen, ne, Mainstream ist das Gut, kommt dann noch was auf die Pizza drauf? Natürlich, was haben wir denn noch alles? Ja, wir haben eigentlich alle Hand Sachen da Was haben Sie denn? Sagen Sie mir mal was Ähm, wir hätten, also Fadellen Nehm ich Weiß nicht Fadellen, ja Also die Pizza wird man schon recht matschig, wenn sie dann so viel drauf haben Das ist egal, ich hab Messer und Gabel, du Schätzelein Gut, ähm, wir hätten auch Brokkoli, Peperoni, Spinat, Mais Moment, 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 ich nehm die Mayonnaise Mayonnaise auf die Pizza Ne, 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 Schätzelein, du hast sie verhört, den Mais Den Mais, nicht der Mayonnaise Okay, den Mais, ja Mayonnaise habe ich selber hier im Kühlschrank, du Okay Und zwar, was haben wir jetzt alles? Also, selten Schinken, Garnelen, Speck, Tomaten, Mozzarella, extra Käse, ähm, Salami, Ananas, rote Zwiebeln, Dänen und Weiß Und Doppelkäse haben Sie vergessen Habe ich gesagt, ja Achso, Mozzarella Auch Okay, Mozzarella haben Sie auch gesagt, okay So, dann, ganz wichtig, haben Sie Katzenfutter da? Nein Aber Sie haben einen Thunfüsch da, oder? Ja, wir haben einen Thunfüsch da Dann nehme ich den Thunfüsch da Ich weiß, Schätzelein, pass auf Mit auf die Pizza, oder wie? Ja, natürlich, unter die Pizza ist ja wohl schwierig So, pass auf So, und zwar Was haben wir denn alles drauf? Moment, ich mach mir hier Notizen nebenbei Und zwar, Schätzelein, ist das Das ist die 3000 Special Pizza, du Vom Livestream, du Weißt du Bescheid? Die hätte ich gerne Könnt ihr die in die Karte aufnehmen? Nee, bestimmt nicht Wieso dat denn? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die schmeckt Wie die schmeckt, Schätzelein, warte mal Jetzt stelle ich hier was zusammen Und du sagst, das schmeckt nicht Okay, dann werfen wir das ganze Konzept nochmal in den Haufen Und fangen nochmal neu an Ja, aber auch kein Problem damit Da sind reichlich Sachen drauf Was denn für Sachen, Schätzelein? Kann ich jetzt machen? Ein extra Käse, ein oder andere Stücke Zwiebeln Ähm Was war das noch hier? Äh, Mais Thunfisch 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 hast du vergessen, genau So Und fette Schätzelein, pass auf, genau dasselbe Hättest du gern auf die andere Pizza Weißt du Schätzelein, ich hab Rücken und Steiß und raus Und da, weißt du, der Winter ist ganz schlimm Ich stehe grad in vier Minuten ist heilig Abend, du Ja, richtig Und in vier Minuten hab ich Feierabend Ja, dann telefonieren wir halt noch vier Minuten, Schätzelein Ich habe jetzt keine Zeit, du Also, möchtest du jetzt die Pizza haben Oder in welcher Größe helfen sie denn gern? Also, Moment Ich hab ihnen nichts, dass du angeboten Und zwar hätte ich gern ne große Pizza Mit extra Käse Schinken Mais Pepperoni Scharfer Soße Kommst du da überhaupt noch mit, oder Oder bin ich wieder zu schütteln? Alles auch, ist gar kein Problem Okay, schäuben sie auch das mit, was ich jetzt grad so sagen Ich brauche erstmal ihre Telefonnummer, können sie die mir mal geben? Schätzelein, das geht so nicht, weißt du Ich hab jetzt nach deiner gefragt und die willst du mir ja noch nicht mal geben Und wie soll ich dir dann meine geben? Pass auf, auf jeden Fall Dann Ich brauche aber erst die Telefonnummer, um die Bestellung überhaupt aufnehmen zu können Weil so können wir lange diskutieren und reden, dann wird das nix Aber ich sag doch erst die Bestellung und dann kannst du mal ne Nummer haben, Schätzelein Ich brauche da aber erst zuerst, wenn ich mein Bestellformular aufmachen kann Im Computer Ja, das ist jetzt Irritation pur Sonst kann ich nicht sagen, was die Pizza kostet Das ist jetzt Irritation, weißt du Dann nehme ich einfach nur ne Salami-Pizza Das hast auch kein Problem, dann brauche ich trotzdem die Telefonnummer Ne kleine Ja, wieso das denn? Jetzt weißt du doch, wie teuer so ne kleine Salami-Pizza ist, oder? Ja, das kann ich halt erst sehen, wenn ich das Programm öffnen kann Und das geht halt auch nur mit der Telefonnummer Also jetzt bin ich irritiert, Schätzelein Moment mal, du willst meine Telefonnummer haben für deinen Computer Richtig Wieso das denn? Dein Computer, ich will doch nichts Dein Computer kann mich doch nicht anrufen, oder? Nein, aber ich könnte anrufen, falls ihr ihre Adresse nicht findet Meine Adresse? Die wollen sie auch noch haben Schätzelein, jetzt werden sie aber langsam aufdringen Hörst du die Hände hin, Benni? Hitler Oh Gott, ich krieg die nüberschätzelein, weißt du was? So geht das nicht, das lass ich nicht mit mir machen, weißt du? So geht das nicht, weißt du, wenn ich ganz fuckeisch bin, weißt du? Erst sagst du, meine Pizza gibt es nicht, ja? Dann sagst du, es gibt keine scharfe Soße Und dann sagst du, du hast noch nicht mal Katzen von Thunfüge, meine Stolle, und, weißt du? Weißt du, da haspel ich mich ja schon ganz mal So, und dann sagst du, du brauchst meine Telefonnummer und meine Adresse Moment, jetzt bin ich aber irritiert, weißt du? Hitler Ich glaube, wir beenden das Gespräch hier an dieser Stelle Es kann nicht sein, du Ich fühl mich ja langsam verarscht von Ihnen Hitler Das freut sie, das freut sie auch noch, Schätzelein, weißt du was? Ja, bei ihnen werde ich nie mehr was bestellen Hitler, Mann Mach doch mal Dann sind wir uns ja eigentlich, na Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend Und hier habe ich gerade 3252 Zuschauer im Livestream Ich bin der Klingel. Ich bin der Klingel.